Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island. Ja, wir sind letzte Folge hier angekommen und müssen jetzt Nuss und Dillen zur Strecke bringen. Ja, ich bin mal gespannt, was für Muskelprots uns da erwarten. Ach ja, das war schnelle Reise. Na gut. Ich bin immer weg. Ciao. Oh, ich hab's immer noch nicht hingekriegt, die Zielgeschwindigkeit zu ändern. Naja. Zeig mir mal den Hämmerschen hier. Oh, den hab ich jetzt geworfen. Oh, ich hab's immer noch nicht geholfen. Oh Gott, ich hab's immer wieder geholfen. Oh Gott, das ist schön. So, die brennen jetzt vor sich hin. Oh, was ist das denn da? Die Barrikade. Bevor ich da hingehe, muss ich hier mal gucken. Wow, ich glaube, da kommen wir so nicht rein, oder? Oh, das ist einfach mal Deko. Ich weiß nicht, trau ich mich nicht hin. Ach, ich hab's immer weiter. Oh, nee. Hallo. Das sind gerade. Mein Gott, hier ist echt viel los. Scheiße. Hä, wieso ignorieren? Ah, die Läufer. Stachelgear, was ist denn mit Stacheldreher? Ehh. Wow, der Hammer, der bringt ja echt der... Oh, ich bin geistert. Spüre die Kraft des... Oh, ich bin geistert. Wow. Oh, 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 oh. Das sind trotzdem ziemlich viele. Warte, nimm nochmal das hier. Oh, wieso springe ich eigentlich immer? Und dann... Mal hier nochmal Feuer unterm Hintern. Darf ich da jetzt reingucken? Oh, das ist ein Geheimlager. Warte. Ach so, hä? Oh, das ist jetzt eine Karte. Schlüsse zu... Schlüsse... Personalraum. Steff only. Hoppala. Und wie komme ich da hin? Kommt jeden her. Oh. Okay. GTA-Spieler dürfen sich hier wohlfühlen. Schau mal hier. Stacy Donuts. So. Safe-Schlüssel erforderlich. Oh, Raserei. Achso. Oh Gott. Ähm. Ähm, ähm. Den gehen wir doch hier jetzt lang. Oh. 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 Hier ist, oh, hier ist echt viel los, muss ich schon sagen, ne? Hier ist echt viel los. Komm ich hier hoch? Hallo? Oho! Können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen, oder? Okay. Jetzt sieht's auf einmal so leer aus. Gehen wir runter, ist wieder alles voll. Da, sag ich doch! So, oh! Oh! Aber wo ist Moos? Und wo ist Dylan? Hier ist ein dicker Maima, aber... Da hinten irgendwo war... Da wird so ne richtig schöne... Ja, oh! Ja, ja, die fressen da noch in Ruhe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay, I'll deal with you guys first Mist Warte, das war schon hier Oh 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 Hm, war klar Aber wo sind denn jetzt hier unsere Freunde? Oh Oh scheidenkleister Oh nein Oh nein Mann Oh 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 Hä? Achso, durchsuche das Fitnessstudio Huch Ach nee Jetzt ist sie natürlich kaputt Oh 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 Oh, was hat ihn da fallen gelassen? Okay Geine Lecker für Lecker, lecker Ich will nicht Nerede dort Jetzt lasst mich doch mal hier in Ruhe gucken. Die spawnen ja immer wieder neu. So, bringen sie alle um. Ach so, ich soll jetzt hier bleiben. Nein. So, jetzt ist er aber mal gut Reicht jetzt, bringen sie alle um Ja, jetzt gehe ich dann wieder raus und jetzt kommen da gleich wieder ganz viele Mäusen Hada Was? Ja, sag ich doch Ja Ja Mist, na, didn't ya Hier, die nehme ich mal mit Hm, oh Schön Kann ich ja nachher wieder verkaufen, nimm das doch jetzt auf So Patton? Äh Ja, ich Das Ja, bitte Gott, was ist das? Wrong question, my friend What you should be asking is What does it do? Do? Patton Aber es fehlt doch noch Dylan Patton You see this? A tiny hammer A tiny hammer now But Behold Excalibur Okay, so I am gonna go I'm done Um, enjoy whatever it is This is No, 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 wait Wait It's, it's just like in the movies What? The dick off my phone Boop Boop Oh Oh What? It's insane All this stuff It- Does things Like This could be my EPO Yeah Screw water It's fucking awesome Well uh I gotta get back Down below ja mach ich, kein problem schön, wo ist dylan? kein dylan verfolge dylan doch halte ausschau nach autophage bauplänen wenn du l.a. durchstreifst und quest abschließt verstimmle zombies in denen du ihnen die gliedmasten abtrennt so gelangst du in den besitz von autophage verseuchten zombie teilen optimiere deine waffe mit starken vorteilen um auch dir die kräfte der zombies zunutze um sie zu bekämpfen die europa ist her ok 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 no problem ok oh oh man ich fall auch immer wieder drauf rein Oh Mist, ich werde ausweichen Ja, ab diesem Mal bin ich nicht drauf reingefallen Au, 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 au Aber hör mal auf bitte, ich will nicht sterben Danke Äh, äh, vorher Möchte ich gerne nochmal zurück Wo waren das nochmal? Da, ne? Da irgendwo Wieso ist denn das Tor jetzt wieder auf? Weil... Ach, ist doch nicht auf Es wird schon rüber da Denn ich möchte Äh, Medi-Packs herstellen auf jeden Fall Bevor ich da hingehe Ja, moin Das haben wir mal voll hier Oh Schön Reicht nicht Händler Hast du nur Feines hier Hast du nur Feines hier Ich hab auf jeden Fall Ähm Ich könnte ihm die hier verkaufen Weil ich hätte hier Die ich jetzt hab' Diese schadensmäßig Jau... hier komm' Schenk' ich dir Die Brauche ich nicht Den behalt' ich dann Den haben wir hier habe ich den schon modifiziert? Nö. Meine Machete. Ich hätte gerne eine neue. Eigentlich nur. Den hier fand ich eigentlich auch ganz cool. Mit dem Feuermod. Sicherungen. Nehmen wir uns auch nicht mal welche mit. Oh, ich habe 20.000. Ja, dann gönne ich mir mal Chemikalie. So, ich auch noch mal. Die brauche ich nämlich. Ja, und dann gönne ich mir die hier einfach noch mal. Warum nicht? Und dann... Achso, verkau... Verkaufen. Ne, habe ich ja dann nichts. Och, bin ich blöd. Und der hier ist stärker. Äh, der hier ist stärker als der hier. Ich hoffe, ich habe die jetzt gerade nicht gekauft. Ne, ne. So. Jut. Das mit Feuer war eigentlich nice. Schlachterei ist schon drauf. Ähm. Kleber und Elektronik-Teiler. Das wäre jetzt hier schön, ne. Kleber und Elektronik-Teiler. Giant fucking rude, so... Elektronik-Teiler hat er nicht. Treibgas, Legierung, scharfkantiges Chemikalier, Schießpulverstoff, ne. Na gut. Hm, mein Hämmerschen. Oh, ich fand den immer so toll. Mit hier Einschläger. Und Schaden aber. Ich muss hier mal mich umgucken. Mit Kleber. Und so. Schwere Angriffe, ja. Benutze ich eher selten. Sollte ich vielleicht mal öfters benutzen. Dann... Ich die wieder heile. Den Basie habe ich jetzt natürlich nicht. Aber da würde ich das hier auch wieder machen. Festlegungsmaterial. Das hat er gehabt. Das hat er gehabt. Das habe ich gesehen. Dann. Wie viele? Eher mal. Naja. Das hat, glaube ich, gereicht, ne. Ja. Sehr schön. Die können wir dann nix machen. Gut. So, sind die Sachen hier wieder neu gespawnt? Dann würde ich ja gerne... Okay. So, dann verfolgen wir mal Dylan. Aber habe ich jetzt... Habe ich jetzt, äh... Nee, habe ich nicht gemacht. Das hier könnte ich auch noch machen. Und dann machen wir die hier. Das ist eigentlich ganz cool. Ach so, dann... Eigentlich könnte ich die auch verkaufen. Oder soll ich die verkaufen? Nee, aber den hier tausche ich ein. Und den Hammer tausche ich ein gegen. Na, erst mal noch nix. So. Auf geht's. Ich lad noch mal schnell. Kann ich hier noch laden? Nö. Hier noch laden. Doch. Hoch. Und das. Nö. So. Dann. Let's go. Hui. Ja. Oh, ich hätte mir mal... Mist. Ich hätte mal darauf achten sollen. Sicherung habe ich ja jetzt gekauft. Aber was geht auf? Wow. Wow, was explodiert ihr denn hier? Hallo? Wie alt? Was geht denn hier ab? Hallo, ich habe das gedrückt. Und Erdbeben. Ja, schön. Alter. Help me. Boah, meine Güte. Ach so. Das ist eine... Brauchen wir nicht. Boah, was war das denn jetzt, ey? Ich habe dir fast umgebracht, dieses Erdbeben. Schlimm. Oh, das hat sich... Nee, doch nicht. Hat gereicht. Nein, Mann, warum geht das denn manchmal, ey? Oh. Oh. Fuck, schick. Ach, Leute. Ich glaube, man kann sich hier einfach nie gemütlich umschauen. So, darf ich jetzt mal bitte gucken, wie ich das hier ausmache. Ich will das wieder rausnehmen. Dann halt so. So, was kam hier raus? Hirschhorn-Messer. Hirschhorn-Messer, ja. Schön. Das ist auf jeden Fall nicht schön. Bye-bye. Und schon habe ich meine ganzen Medi-Packs schon wieder bald aufgebraucht. Oh, ist da zu früh. Aber wir haben ja Dylan als Ziel. Bevor ich mich jetzt hier wieder abquäle mit den anderen, renne ich da schnell hin. Das ist er nicht. Oh, Leute. Oh. Meine Güte. Oh, da ist ein Schutzanzug. Ja. Oh. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hier. Scheiße, ist der auch gebraucht. Ja. Lecker Schmecker, hm? Oh, das wollte ich nicht. Die da wollte ich. So. Jetzt will ich aber langsam mal da hin. So, was ich mit dem? Spiel. Du musst mich verarschen. Wow. Nein, du hältst die. Aber ich hab Rasereien, ne? Ich mein, die brennt zwar alles schon? Oh, ne, da ist jetzt auch noch so ein Kotzenbrocken. Hallo? Ja. Mist. Sag mal... Maaan! Jetzt wird's doch da alles wieder voll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schein. Starkwischer für's Medikit. So, überprüfe den Parkplatz hinter Lennys. Brain Freeze, ja. Den Parkplatz hinter Lennys. Das ist doch ein Parkplatz. Brain Freeze. Ice Cream. Ach da. Oh, infiziertes Fleisch. So, jetzt bin ich natürlich wieder... Ne, bin ich doch nicht. Das hier vielleicht... Ah, das gleiche. Ja, dann lass mich doch da hin. Schlüssel zu Lennys. Hoffentlich. Und das hier, lass mich raten, das ist... Äh, Dylan. Kann ich... Kann ich bestimmt nicht nehmen. Doch. Juckt ihm aber nicht. Okay. Überprüfe den Parkplatz... Ja, aber wie komm ich da hin? Hier vielleicht. Da lang? Okay, ich guck mal. Boah, da ist aber auch viel los. Also viele... Ölfässer. Ja. Das ist ja alles schön und gut, aber... Ich brauche Schluss mal. Hallo. Haben Sie einen Schlüssel? Hm. Anscheinend nicht. Oh, da ist... Ja. Ich weiß nicht. Draht. Das ist ja schön. Der Stuhl hier ist übermotiviert. Okay. Okay. Ist das recording? Ja. Okay. So, die Gespräche, die du hörst... ich mache für legalen purposes. Hey! Ich kam in hier letzte Woche für ein Dye Job... und ich fragte das Permanent Hair Dye. Was? Ich fragte das Permanent Hair Dye. Und schau dir das. Schau dir meine roots jetzt. Der Blond ist zurück. Ich bin mit dem Kunden. Ich will mein Geld zurück. Das ist falsche Advertisung. Ich könnte Sue. Für was? Being a moron? Du bist in so viel Probleme, du wirst gar nicht wissen. Ich meine, look at das Künstler von dir. Was hast du dyeing ihr her hair mit? Poison? Sie sieht aus wie sie ist. Drei. Get the hell out of here before I call the cops. Oh, don't tell me you're on her side. Uh, yeah. You should be mad, girl. Don't let anyone put poison in your hair. Uh, not today. Okay. As if I don't have enough to deal with. Holy shit. People are gonna hear about this. Oh, no you don't. Uh, no refunds. What did I just say? Interessant. Das bringt mich aber immer noch nicht weiter. Schlüssel zu Lennys Parkplatz erforderlich. Oh, Millikit. Lennys. Was ist Lennys? Ist das ein Laden? Ganguin. Lass mich schreiben. Ach, ja. Hier ist Lennys, aber... Hm. Hm. Hm, hm, hm. Da komme ich aber nicht rein. Hier sind Gasheben. Ich weiß zwar nicht wozu. Die gehen auch wieder runter. Was ist hier? Da komme ich ja auch nicht lang, bestimmt. Hm. Und sonst sehe ich nichts. Dann brauche ich wohl doch einen Schlüssel, oder? Ich glaube, ich habe eher weniger Arm. Ich habe sie. Also, ich dachte... Entschuldigung, dass ich sie geweckt habe. Die Füße. So. Raserei ist voll, das ist schön. Aber das kann doch jetzt nicht. Schön. Aber trotzdem komme ich nicht rüber. Hoch. Gashebe. Warte, wie lange? Achso. Wow. Oh, doch. Schön. Aber... Das brennt das Schloss jetzt auch nicht durch. Das brennt das Schloss jetzt auch nicht durch. Hm. Ich weiß es nicht, ich stehe jetzt gerade echt auf dem Schlauch. Ach. Ja, schön. Dann lass mich hier auch rüber, bitte. Achso. Und hör dir, wir sprach jetzt. What the fuuuuck. Du bist eine Если. Dann lass uns das und füßen. Boah, der ist bestimmt heftig. Yo, der ist richtig heftig. Der ist heftig, heftig, heftig. Und dann kommen hier noch andere dazu. Das ist ja grandios. Boah. Yo, der fetzt hier einfach alles. Der fetzt mich hier richtig auseinander. Scheibenkleister. Das war ja so. Bei der Trottel gegen die Kanister holen musste. Jutsch, auf ein neues Match. Achso, ja, auf die Eck. Ich probiere jetzt einfach mal die Raserei. Vielleicht hilft ja ein bisschen. Ich glaube nicht. Ähm, alle. Ja, ich glaube nicht. Okay, müssen wir anders angehen. Das müssen wir anders angehen. Ich will immer rüberspringen mit X-Namen. Hier stehen unnormal viele Fässer rum. Die könnten wir gegebenenfalls gebrauchen. Sollten uns die anderen nicht in der Quere kommen. Dafür... Ja, warte mal kurz. Achso. Boah, das zieht ihm ja gar nichts ab. Das hat ihm ja null abgezogen. Und ich kann ihn manchmal durch, weil es überall brennt. Da. Scheiße. So ist das Falsche. Was ist das denn jetzt hier noch? Oh, das ist hier so eng jetzt. Mit dem ganzen Gebrennen auch noch. Oh. Shit, Mann. Das ist doch bitte. Danke. Oh. No, no, no. Oh. Aber ich habe hier noch eine schicke Schrottie. Shit. Nein, ich wollte doch gerade... Oh, Leute. Ach, bin ich doch nicht fertig hier. Oh, die könnte ich eigentlich auch so zahlhauen. Warte, da fange ich jetzt mal schnell. Kann Billy Boy seine Sprünge mal nicht machen würde, ja. Ich muss mal kurz reloaden. Oh, ich brauch die eigentlich für den. Oh, ich muss mal schießen. Oh, ich muss mal schießen. Oh, ja. Jetzt explodiert hier wieder alles. So, den haben wir noch. Oh nein, die schöne Muni, ey. Oh. 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 Oh, oh. Oh, meine, was war gebrezelt jetzt? Jetzt haben wir ihn! Oh, Streitkolben. Das ist ein bisschen. Yo. Ah, kommen wir da rein? Erstmal noch gar nicht. Gang-Green-Schlüsse. Ja, natürlich. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Achso, da... Nee, hä? Achso. So, die können wir natürlich jetzt wieder so messen. Upsi. Oh, 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 oh. So. Auf, auf. Oh, das hat's gebracht. Das war wunderbar. So. Oh, nö. Oh, Gott. Ja, ist bitte da, auch nicht mich. So. Hallöchen, liebe Freunde. Ja. Upsi. Entschuldigung. Oh, der hat jetzt hier immer noch... Was ist das denn eigentlich? Die könnten wir eigentlich austauschen. Oh. Der Erlesenheit. Hoch. Ja, ich glaube, die... Die können auch haben. Dann nehme ich die hier. Die hat dann mehr Schaden. Das habe ich zwar nicht auf der Genauigkeit geachtet, aber yo. So. Den will ich auch noch verbessern. Der sieht schick aus. Der ist auch teurer als der hier. Ist der dann besser? Ja. Der ist besser. Immer dann, wenn ich alles verändern muss. Oh, warte mal. So. Ich habe deine Freunde erledigt. Ja. 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 Was es... Was es... Was es... Respectful? No. Oh. Oh, well... Okay, so... How you saw me fight before? That was like my... Standard style. But for cases like these... Friends, family, That kind of thing... I have a much more... Dignified technique. They went, you know... Peacefully. Ich weiß nicht, dass ich die Schmerzen nicht überraschere. Alle Zeit. Es ist sicher, dass du die Gehirn bist. Ich glaube, dass sie deine Gehirn nutzen können, in der Sterling Hotel. Warum nicht die Leute mit dir kommen? Barbeweir, Todesmögen, Taubung, Taubung, Taubung? Nuh-uh. Vielleicht ein paar andere Survivoren kommen, und wir können sie helfen. Kai's Pop-Up Store wird noch nicht verdient. Nein. Oh, komm, wir doch hin. Sehr schön. Dann werden wir mit deinen Essen vorgehen gehen. Oh, er ist weg. Ach, nee, nicht jetzt, warte kurz. Gut, dann müssen wir uns das nochmal anhören, oder? Nee, gut, weil ich habe noch vier Minuten. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, ich freue mich, ne, auf zur Militärzone, da hätten wir, wo wir waren am Strand. Ey, wir kannst jetzt mal bitte aufhören zu reden. Naja. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschaui.